Mein Name ist Alain Baum, ich bin Mitglied vom Komitee der Spielfabrik. Mein Kollege ist Steve Brück, den wir geholfen haben, den Tournoi von Wizard Town zu organisieren. Wie viele Dekäer haben wir heute? Das war die vierte Dekäer, wo wir den Wizard-Tournoi organisiert haben. Letztes Jahr hatten wir schon einen Zug-um-Zug-Tournoi organisiert, am Kader der zehnjährigen Geburtstag vom Zug-um-Zug. Das war die erste Dekäer, wo wir den Wizard-Tournoi gemacht haben. Wie schätzt ihr das? Hat es gut gegangen? Wir hatten eine ganz positive Resonanz. Wir hatten nur 22 Partizipanten. Die Stimmung war ganz gut, es gab viel gelehrt und es war auf alle Fälle eine ganz positive Erfahrung. Waren wir sonst noch so viele Events? Wir machen am Ende verschiedene Events. Wir wollen zum Beispiel die nächste Woche eine Grill-Party zu rollen. Wir haben auch für die nächste Woche eine Tournoi organisiert. Wir sind auch in Kontakt mit verschiedenen deutschen Verleihungen oder Organisationen, die so ähnliche Sachen machen, um zu schauen, wie wir das organisieren können. Wo sind dann überall überall zu verhandeln? Wir haben eine Internetseite wie www.spielfabrik.lu. Wir haben auch eine Facebook-Seite. Wir treffen uns am Wochenstens um halb Uhr zu ghosting an der Aller-Spielshow. Und wie gesagt, wir haben 100 Erner-Evenementen, die in dem Moment bei uns am Website finden. Und bei der Spielfabrik ist es eh schon so mit Tabletop, oder? Es sind am Anfang die gängige Brettspieler, modernen Brettspieler. Es gibt auch die typischen Science-Fiction oder Tabletop. Es gibt auch am Anfang die Dengen-Spieler, die Bretter-Spieler. Also am Anfang ist es die Sachen, die in einem langen Stunden oder zwei Stunden können, fertig gespielt werden. Wollt ihr noch richtig eine Person? Am Anfang ist es einfach, dass jeder hier willkommen ist, den sich gerne hier renseignieren und auch gerne mal in der Aller-Spieler. Also, ihr seid immer gerne, willkommen für ein Kalashkuchen zu kommen. Also, ich vielmals Merci. Merci auch. Bis zum nächsten Mal.